emotionale intelligenz auch bekannt als ei oder eq ist die fähigkeit des gehirns gefühle vorherzusehen und sie dann zu nutzen und zuzuhören was sie zu sagen haben und sie effektiv zu managen menschen mit viel ei erkennen ihre eigenen emotionen und können sie bei anderen identifizieren dies ermöglicht ihnen zwischen verschiedenen gefühlen zu unterscheiden ihre inneren zustände anzupassen und besser zu kommunizieren das vielleicht relevanteste modell der emotionalen intelligenz wurde von dem psychologen john meyer und peter salovey entwickelt die es 1990 als die summe von vier fähigkeiten definierten wahrnehmen nutzen verstehen und managen von emotionen das wahrnehmen von emotionen ist unsere fähigkeit sie in gesichtern bildern und stimmen zu erkennen einschließlich in uns selbst es ist die grundlage der emotionalen intelligenz und macht die verarbeitung sentimentale informationen möglich das nutzen von emotionen ist die fähigkeit unser herz mit unserem verstand in einklang zu bringen emotional intelligente menschen können ihre wechselnden stimmungen wahrnehmen als ergebnis davon können sie ändern was sie tun um ihre gefühle effektiv zu kanalisieren das verstehen von emotionen ist unsere fähigkeit die komplexen beziehungen zwischen gefühlen zu begreifen es beinhaltet das erkennen und beschreiben wie sich stimmungen im laufe der zeit entwickeln und verändern das managen von emotionen ist die fähigkeit gefühle in uns selbst und den anderen zu regulieren menschen die darin gut sind können ihre gefühle kontrollieren ihre stimmungen managen und die emotionen anderer beeinflussen während einige menschen anscheinend von natur aus mit allen vier fähigkeiten begabt sind müssen andere hart an jeder einzelnen arbeiten die gute nachricht ist dass die meisten von uns ihre ei durch achtsamkeitsübungen sport therapie und bildung verbessern können und es scheint dass es die mühe wert ist höhere emotionale intelligenz korreliert oft mit höherem akademischen und beruflichen erfolg das liegt daran dass unsere emotionen und die art und weise wie wir mit ihnen umgehen einen direkten einfluss auf die fähigkeit unseres gehirns haben zuzuhören und zu lernen wie peter salovey anmerkte gut gelaunte menschen sind besser im induktiven denken und kreativen problemlösen was denkst du ist emotionale intelligenz etwas das wir in den schulen lehren könnten und sollten und wenn ja wie teile deine gedanken und erfahrungen zur verbesserung deiner eigenen ei in den kommentaren unten mit wenn du unsere arbeit unterstützen möchtest mach mit bei patrian punkt com slash sprouts